Oh, say does that star-spangled banner yet wait, Oh, the land of the free and the home of the brave. Very good, welcome to NHL Faceoff 99. Cool done. Okay, okay, it looks not bad. Okay, 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 okay. Ich habe mir die Steuerung angeguckt. Es war nicht, dass ich damit zurechtkomme. Uh, das war ein geiler Pass, das war ein geiler Pass. Fast. War doch die andere Taste. Oh, was, da war doch gar keiner. Beruhige das, beruhige das. Komm, komm, komm. Er hat ihn locker klauen können. Komm, Schiedsrichter mal mit. Ich verstehe nicht. Äh, gute Kritik bekommen bei Mania, gerade so die Grafik, was das anbelangt. Ähm. Schade. Äh, Gegner-KI oder allgemein die KI wurde bemängelt. Wo ist denn da? Was ist das passiert? Was ist passiert? So viel Ahnung habe ich jetzt auch nicht. Was ist das passiert? No goal. After the review, no goal. New life for the Canadians. The draw at center ice. The Canadians win the draw. Thibault crunches the boards to stop. Ich weiß nicht. Warum? Wow, what a boom-jarring hit. Das gibt hier gleich Einzelkampf. Wo ist denn der Schiedsrichter auch immer jetzt mal so nebenbei? Da war kein Torwart mehr im Tor. Meine Güte. Nein. Von Fittsgerald starts it the other way. Kicked down. Das ist ein guter Spurrottel. Das ist eine gute Spurrottel. Du gehen runter als eine kvalitäre Chance. Ich geboren. Bin drin. Eine Minute nach der ersten perioden. Privatrassop, fattere nach den checken. ja nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, pass da war kein Torball drin, das ist gerade Schüsse ja, das war ein guter Pass, Wahnsinn pass so, warte mal Kreisfahrer ran, genau, war schneller ran, aber ich glaube nur ne Ball ach wie war's, das war's Ende hier geht irgendwie so viel ab und ich weiß nicht was, die lustig, hier ein bisschen platt die Zuschauer schön aber man merkt halt schon, die versucht haben neben reinzubringen, also gefällt mir schon auch wenn es halt echt tot aussieht mit diesem, ah geil da ist dann noch mal ein bisschen mehr dran, schöner Schnauzer, muss halt wirklich sein, solide wie der in die Kurven fährt, hat was ich weiß halt einfach nicht, wie man überspringt ok aber schon cool gemacht also, äh, still wirklich nichts ja, das war's ja, das war's 1 by Fitzgerald they score a blistering shot by Fitzgerald the Predators are out in front no chance for the goaltender on that one there's no way I would have had it perfectly placed shot by Fitzgerald he found himself in great position after the pass and he did the rest himself so, nimm dich Nashville Goal number 14 Tom Fitzgerald the assist 2 number 33 Jan Vopant Vopant with the assist draw one by Nashville Fitzgerald zigzags his way in down the boards what does the Schiedsrichter always do? upsana 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 that's passiert but what does he do? what does he do? what does he do? what does he do? he was built by Koivu by Koivu drilled by Koivu on the way Wopant in the corner kickdown by Stavendorf and almost to Koivu to Koivu chopp in there chopp in there brunette at the point Tybo waits behind his own net he can't get it that's terrible with a shock Krivo Krassoff in the corner feeds it across he's off 50% game speed so, Monday Kempner I'm assigned by Stavendorf gathered in by Corson what does he do? what does he do? what does he do? at the point at the point he goes into the seats fuck he's done he's done he's done I feel all right all right I don't know okay 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 Fitzgerald retrieved Daniel looking ah Malikov racing back together Tybo the save just out of he's done hammered in the boards Rekki physical in this game right from the start what? ja na klar by Daniel kicked out by Stavendorf Torison missed fired on that puck right in front oh oh hat er gut hat er gut hat er gut hat er gut was? was? der hinten beim Spinner hinten do 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 okay do 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 ferokinada she's 은 made is way through the neutral zone played by Stelenkov Montreal back together save by Stelenkov Boy is he looking sharp odd man right kicked out by Thibault he was right there does not connect Fitzgerald starts it the other way left side to Fitzgerald das ist einfach so krank was hier alles passiert da steht ab keiner so jetzt voll durchgezogen stand da alleine das geht hier ab verdammt der pass kommt nie da wo ich ihn haben will ich hab in die andere richtung gepasst sehr schön mich aber interessant dass überspringen auf dreieck ist assist 2 number 33 jan vopat and number 36 jj daino assist by vopat and daino montreal behind in the corner wollte da mein torwart und das ja na klar Alleine wie die Fenster waren, die Fenster. Ja, die Plaster oder nicht. Schön, schön. Geiles Spiel. Sehr schön. Bin ich geiles Spiel. Das gefallen hat super, super. Gerne Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Spiele alle Playstation-Spieler. Bis zum nächsten Video bis dahin.